... Alles klar. Sech. 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 Geil. Geh mal weg. Geil. Wie in einem Guss. Hinten gab's, äh, ich glaub noch Früchte oder nicht. Oh, continue. Ach, das ist doch geil. Das, nein, ey, wir haben nicht so viel verballert. Was? Niemals. Ich hab hunderttausend verballert. Oh, wer sagt's nicht? Ey, komm jetzt lass. Was machst du da? Ja. Guck mal, wie dumm das ist hier. Ich drück da drauf. Wie wichtig das? Ach so, das geht. Endpulse. Carlo. Giti. Carlo. Der macht uns bestimmt fertig. Ich glaub auch, weil der war nicht so leicht. Also, dass wir zu, äh, karniert werden. Du, reinkarniert werden, wenn ich mich mit dir will. Wir können ja nicht auftauchen nochmal. Wir haben nur ein Leben. Na. Der tolle Wurst. Ähm. Das ist aber ungünstig. Hör auf die Typen. Ich hab keine Angst vor Gespenster. Oh, oh, jetzt kommt er mit seinem Haken, oder? Ne, der nicht. Was macht er? Was sind die eigentlich her? Ja. Aus den Westentüschel. Das ist so groß wie sein Kopf, die Dinge. Das geht natürlich nicht. Das ist ja unverwundbar. Der dreht sich so schnell. Ja. Das ist Topman. Guck mal, der hat sich selbst abgeballert, der Idiot. Was? Guck mal, der hat sich selbst abgeballert. Guck mal, der hat sich selbst abgeballert. Schönen wir. Guck mal, der hat sich selbst abgeballert. Boah! Ah! Ho. Nein. Oh. Boah. Boah, ey. Na ja. Wie hieß immer das denn? Der war richtig leicht irgendwie, ich weiß nicht. Der hat nicht mehr mal seine Freunde gerufen oder rumgeballert. Ja, vielleicht deswegen. Das wird mir einfach nur Glück. Sorry. Abspann? Ja. Tja, wir haben sie erwischt, aber von Carlo und Carlo Junior keine Spur. Äh? Ob das vielleicht das falsche Piratenschiff ist? Ja, ja, Mann. Ich hoffe, das sieht hart aus, Carlo und Carlo Junior. Keiner ist mehr. Hilfe, der nächste Diener hat uns helfen können. Hey, das hat sich noch Carlo angehört. Oh. Oh nein, sie wollen... ...Piet und Diet werden die... ...Krokodile... ...verfüttern. Wie schrecklich. Wie schrecklich. ...Stimmt, wo doch noch nicht einmal Essenszeit ist. Oh, witzig. Was los, Goofy, ey? Hilft uns. Hey, Max, komm doch mal und hilf mir. Nein. Nein. Kein Bock. Lass dich doch verrecken. Ja. Tja, das war ein toller Langetag, Max. Ja, Papi. Ja, Papi. Ja, Papi. Ach, Mann, ey. Ach, Mann, ey. Was war's? Was war's? Komm, jetzt mal ein Gegner? Ja, abschweigen, ja. Gegner werden noch mal gezeigt? Mhm. Gucken wir mal kurz, aber ich glaube, das nehmen wir nicht mehr mit auf. Doch. Haben Battleworld auch gemacht. Hä? Haben Battleworld auch gemacht. Jolly. Na gut, ey, dann nehmen wir die jetzt auf. Dann haben wir drei Videos. Hier. Ah, mein Kopf. Hatten wir sonst zwei, oder was? Weiß ich nicht. Obwohl ich glaube, hätten so oder so drei. Sonst wird das so geschnitten, dass es drei gibt. Und wie heißt der? Jumper. Roger. Da müssen wir durch, ne? So viele Gegner gibt's ja nicht. Oh Gott. Ey, das ist jetzt so lange für jeden einzelnen Gegner. Jack. Weißt du, um da nur zu sagen, Jack? Ja, wirklich. Jolly, Roger, Jack. Rob. Rob. Jester. Jester. Ist klar. Rolly. Rolly? Rap. Fast. Ja, fast. Smoker. Burner Burner Burner, Smoker Ramble Oh, jetzt kommen schon die Impulse Jester 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 Du bist kluge Baka Wie heißt der? Baka Baka Boah Feuerhau Ist doch schlecht Auf einmal Ja wirklich Weiß nicht wie die heißen Ghost Ghost Brothers Ghost and Goblins Ke Okay Rotbart und Blaubart Oh nein Boah, da hätte ich nicht rot Ja, das war schon sehr originell Das ist doch nicht mal ein Lindwurm, denn Lindwurm sieht ganz anders aus Schokolade Guck mal Wie Talents Boah Guck mal, das hat er nicht einmal gemacht, ey Wow Nur einmal Kurs und dann hat er aufgehört Der hat doch nicht mehr immer Freunde gerufen? Captain... Carlo. Wieso heißt der jetzt hier Carlo? Wollt' ich mich verarschen? Wie, jetzt auch noch die dummen Einwohner? Oder den Frosch, oder was? Nee. Insulaner, achso. Hä? Hä? Die Lora, oder was? Ja. Ja, die Lora hat auch nen Namen. Nein, jetzt kommt Max oder Goofy, oder sowas kommt noch. Ah. Ich hab mir natürlich nicht gewusst. Das war schwer. Das nehm ich jetzt nicht mehr drauf. Was ist das denn? Sehbuch und Segie. Ja. Okay, Schnitt hier. Vor Gott. Schade.